Interessante Teamaufstellung 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 Das war so klar. Au. Mein Gott, fuck doch nicht ab mit allen Machtfähigkeiten und Sinne. Was ist denn denn hier ein Blaster? Natürlich kriegt der Hurensohn mich noch. Boah, er hat 44 Leben. Come on. Immer so knapp. Ich sterbe, weil mich ein Film abfuckt und ich einen Gedankenverkauf bekomme. Fack doch, du Hurensohn. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Hotfix gemacht, wo sie es dort schon kaputt gemacht haben. Bei mir geht gar nichts mehr, Digga. Hast du auch den Anschlag gesehen, den ich gemacht habe? Also Digga, ich weiß nicht, was los ist. Das Dotschen ist bei mir so kaputt. Bei jedem Charakter, Alter. Ich bin der Luftpuppe verdotscht nicht mehr. Ich bin Pärbeltin und habe einen Gedankenträger bekommen. Ich kann nicht verdotschen. Ist leer. Ist hier schön. Sie halten ihre Stärke zurück. Ist nach leer. Das ist wichtig, volle Kampfkracht. Oh, wow. Oh, wow. Ich sehe die Schüsse von hinten fliegen. Ich schieße eine Rakete hin. Und dann sind die Schüsse doch von rechts, Digga. WTF. Ich habe mich auf dem Schlag und bekomme ich Schnellfeuer. Eine Sekunde tot. Ich bin ins Haus reingerammt, hab Leia gebumst mit Raketensalbe, hab sie mit Flammenwerfer tot gemacht und hab dann Finn einfach komplett Nahkampf totgeschlagen. Das sind wir schon. Einfach reiner Beidekten gebracht. Oh oh. Und aus hier wieder. Der Blas hat nicht aktiviert. Boberfett, du bist so ein fetter Hund. So ein Hint ab. Ich hab's gesehen. Schnellfeuer ist so lächerlich. Ich hab grad dein Leben gesehen. Das ist so schnell runtergerattert. Die hat mir über die halbe Map. Ich lande in der Mitte auf dem Dach. In dem Gebäude in der Mitte. Will kurz Zeit bequacken. Ich... Man sieht Bildschirmflagge tot auf. Ich schau nach unten. Tot. Ich hab mein Lebenswerk angeschaut auf einmal tot. Was wär's? Schnellfeuer. Er kostet halbe Map. Halbe Map, Digga. Die hätten das so machen müssen, dass auf Distanz das der komplett streut, dass du das überhaupt nichts betreffen kannst, richtig? Dabei ist der auf Distanz auch noch komplett präzise. Es kann sein, dass ich eine Flasche grad vergewaltigt habe. Dann wird's. Ich hoff's. Oh, Mama. Da hast du dir grad die Lea vorgestellt, oder? Dass sie die Flasche ist. Also, so ein lächerlicher Schmutz, Digga. Heieieieiei. Wenn ihr in meiner Nähe bleibt, werdet ihr gepustet, hab ich drinnen. Weniger Schaden für uns alle, wenn wir zusammenbleiben. Äh... 25% weniger Schaden während Schnellfeuer. Würde ich auch noch mal anmerken, ist ne gute Sternkarte. Und größere Bomben-Granaten-Range. Nice. Dann nehm ich jetzt Chewie. Scheiß auf die Granaten, ich nehm noch mit, dass mein Blaster noch länger hält. Ja, dann mach ich Chewie, und wenn ich so schocken, du kannst reinhalten. Ja. So lächerlich, Digga. 55% längere Feuerdauer für Schnellfeuer-Blaster. Schon heftig. 25% Schadensreduktion. Einfach so während des Blasters. Und nochmal 10% Schadensreduktion, wenn ich Mates in der Nähe habe. Wenn wir zusammenbleiben. Was... Was ist das für ne Scheiße? Dann lasst wir uns hart zusammenbleiben, Mami. Oh Gott. Eigene Safety-Layer. Sie hat kein Schnellfeuer-Blaster, aber... Sie hat zwar kein Schnellfeuer-Blaster, aber ihr Blaster ist ja so schon Schnellfeuer, also was soll's. Wie dumm muss man eigentlich sein, um auf so ner Range die Raketen zu benutzen. Und das geschmeckt. Ja. Glaubst du mir die Einzige gewaltigen? Und den Kylo. Drei Killz mit Schnellfeuer-Blaster. Ja, Triple Killz, Schnellfeuer-Blaster. Cool, oder? Richtig heftig viel Skill. Wir haben ausgepackt, hab geschossen. Kylo Ren hat auf mich eingeschlagen, ich hab drauf geschossen, ich hab weiter geschossen auf den... Iden. Und hab mich umgetan und hab ihn immer noch gefickt. Der F fliegt nicht. Ist auch, dass ich schon irgendeine ganze Zeit lang spartier halt, ne? Ja, normalerweise, wenn du den treffen tust mit Chewie, dann ist es vorbei. Dann fliegt er runter. Dann stürzt er ab, aber, ne? Spiel denkt sich neu. Wow, ja, egal schon, ein Talon wie hier, jetzt da. E Gana. Fünf-Demwechsel, ein Doctor. No, ich bin auch nicht. Ich bin ja. So, ich bin ja. Oh, ich bin ja. Du bist ja. Du bist ja. Wie bist ja, ich bin ja. Gebiot. Ich bin ja, wie kannst du dir. Ich bin ja. Oh, ich bin ja. Oh, ich bin ja. ein über mir ich werde niemals euer schöner sein ich check hier gerade alles, wo sitzt er? what the fuck ich will mir mal ich hab mich ganz hinten gedreht ich schaue hin ich schaue nicht um krieg wieder schaden ich booste natürlich kaum 24 leben ich glaube ich weiß wie wir das hinkriegen meine nutzung der macht ist bei jemandem die türen beschwendet alles klar alles klar es geht los schade zwar noch lächerlich ich habe ein ziemlich gutes gefühl geht außenrum geht auch nicht außenrum ich weiß nicht was machen wir hinten und einen doch nicht ich finde es so geil dass ich finde die aufdecken kann ja locker war kann die wie nein tatsächlich auch ja ich habe einfach gesehen dass er hinter der ecke ist wie du dir schade 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 Ja leer Ich booste Außenrum kommt einer Ich bleibe beim Touchein Sehst du das eigentlich auch, dass ich einen durchsichtigen Oberkörper habe? Sieht irgendwie lustig aus Hier bist du normale...normale Skin mit...äh...normale Flö... Philippziger Normale Film mit den schässigen Skin Danke Du normaler Philipp, du Ich würde wie die Dudel Der hat aber schon weg Schnellfeuer Oh, ich habe hier irgendwie gehört Das war's tot Ich auch mit dem du auf hast Ich booste Links kommt irgendwie Im bist du tot? Es ist so lächerlich die Hitboxiger Ich renne um die Ecke Die alten Schulterstoß und sie sind finischen und sie stirbt nicht Ich... Ich kann schnell, dass die Blitz von Count Dooku wird dort Ah, Mann Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Oh Mann Booster Ich bin ein Schlag Digga Mein Gott, wie lang bin ich geschockt Digga Ich schocken Gegner Der schaut die Sekunde an und ist wieder frei Ich bin geschockt Es passiert gar nichts Digga Gäste Ich hab eigentlich die F*** mit meinem Machtschub getötet Aus dem Erkrank herauszufordern Solo schießt zuletzt, eine beeindruckende Demonstration seiner Schießkunst, während Opferzahl zunehmen wird. Lappen muss es innen.